Musik Ein angenehmes Raumklima an warmen, sonnigen Tagen wie diesem ist nicht immer ein Fall für die Klimaanlage. Auch mit einer intelligenten Beschattung von Wohnung, Terrasse oder Balkon, mit einer Markise, Rollladen oder Jalousie kann man überall für die richtige Temperierung sorgen. Und zwar ganz automatisch. Auch wenn man mal nicht zu Hause ist und sich das Wetter unerwartet ändert, dann werden bei Regen oder Sturm die Rollläden automatisch heruntergefahren, damit man nicht schon wieder Fenster putzen muss. Und die Sonnenmarkise wird vorsichtshalber eingefahren, damit sie nicht durch Regenwasser Stockflecken bekommt oder durch starken Wind beschädigt wird. Auch gekippte Fenster und Türen kann man je nach Wetterlage mit so einem kleinen Motorantrieb elektrisch öffnen oder schließen gut durchlüften. Um alle Markisen, Jalousien, Rollläden und Fenster intelligent und im Verbund gemeinsam zu steuern, benötigt man neben einer zentralen Steuerung fürs gesamte Smart Home auch entsprechende Sensoren, die die jeweilige Wetterlage erfassen und dann wie gewünscht agieren. So ein kleiner Lichtsensor wie dieser hier erfasst die aktuelle Sonnen- oder Lichtintensität. Dessen Empfindlichkeit ist manuell einstellbar. Die aktuelle Lichtsituation wird ständig drahtlos an die zentrale Smart Home-Steuerung übermittelt, die dann auf Wunsch aktiv wird und etwa die Markise auf dem Balkon ausfährt. Dieser Lichtsensor wird einfach per Saugnapf auf dem Fenster befestigt. Andere Sensoren wie diese messen zusätzlich auch die Windstärke und Windrichtung. Hier kann man auch Toleranzen einstellen, damit nicht bei jedem Windhauch sofort alle Schotten dicht gemacht werden. Zusätzliche Regensensoren schützen die Markise vor Wasser, Fenster werden vorsichtshalber geschlossen. Eine zentrale Steuerung für all diese Zwecke ist aber nicht immer notwendig und sinnvoll. Manchmal erleichtert die Smart Home-Technologie Aufgaben, die keine teure und aufwendige Installation erfordern, sondern einfach nur bequem sind. So einen elektrischen Gurtwickler für Fenster- oder Türrollläden kann man ebenfalls über eine Zentrale steuern oder einfach nur per Tastendruck bedienen und Funktionen wie das Öffnen und Schließen zu bestimmten Tageszeiten einspeichern. Ein bereits vorhandener Rollladengurt wird einfach hinten eingelegt und aufgewickelt. In der Nähe dieses Gurtwicklers sollte dann natürlich auch ein 230 Volt Stromanschluss vorhanden sein. Den Ausbau des alten Gurtwicklers kann man auch selber vornehmen. Er ist meistens auf der Wand verschraubt und wird dann einfach herausgezogen. Achten Sie bitte vor dem Kauf eines elektrischen Gurtwicklers darauf, ob der einen direkten 230 Volt Anschluss benötigt oder mit einem Steckernetzteil betrieben wird. Außerdem sollte natürlich die Wandöffnung für den neuen Gurtwickler groß genug sein, damit Sie nicht mit Hammer und Meißel aktiv werden müssen. Was kann man selber machen und was der Elektriker? Die Installation eines integrierten Markisen- oder Rollladenantriebs ist gegenüber dem einfachen Gurtwickler manchmal etwas komplexer. Einfach zu installieren sind externe Motorantriebe für Markisen, die einfach mit der alten Handkupplung verbunden werden. Unauffälliger, aber aufwendiger in der Installation sind sogenannte Rohrmotoren. Die werden unsichtbar in Markise oder Rollladen verbaut. So etwas ist wegen der 230 Volt Verkabelung Sache eines Fachmanns wie dem Elektriker. Insbesondere bei der Renovierung innenliegender Rollläden ist der Installationsaufwand nochmals größer, da zunächst die Verkleidung sowie die alte Wickelrolle entfernt werden müssen. Der Rollladen wird dazu komplett heruntergelassen und dann aus der Fensteröffnung herausgezogen. Danach die alte Wickelrolle entnehmen und im nächsten Schritt fügt man den Rohrmotor in die neue Wickelrolle ein, deren Durchmesser natürlich zum Motor passen muss. Dann verschraubt man die neue Rollladenhalterung und passt die verstellbare Wickelrolle in die Wandnische ein. War der alte Rollladen wie hier aus schwerem Holz, nimmt man also am besten gleich einen neuen aus leichterem Kunststoff, damit der elektrische Gurtwickler auch genügend Kraft hat zum Auf- und Abrollen. Solche innenliegenden Rohrmotoren oder auch extern anzubringende gibt es unter anderem von Herstellern wie Rademacher, Elero, Schellenberg, Sompfi oder Jarolift. Auch für Jalousien gibt es natürlich entsprechende Motorantriebe. Alle hier gezeigten Antriebe steuert man entweder über entsprechende Außensensoren für Licht, Wind und Regen, eine programmierbare Zeitschaltuhr wie diese oder einen zentralen Wandthermostat für eine gleichmäßige Temperaturverteilung. Die Auswahl intelligenter Steuerungen für Markisen, Jalousien, Rollläden und Fenstern ist so groß, dass wohl jeder die am besten geeignete Lösung finden dürfte. Für ein angenehmes Raumklima. Ob nun manuell gesteuert, automatisch oder von unterwegs. Zum Beispiel übers Internet per App fürs Smartphone oder Tablet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017